Heute ausnahmsweise mal mit Notizzettel, denn es gilt einiges nachzuholen, oder sagen wir, es gilt einige Ergänzungen anzuführen zu den letzten, im Endeffekt zu allen zehn bisherigen Pfeifenmonologen. Und gerade weil es auch oft mit Zahlenverhältnissen zu tun hat und überhaupt solche punktuellen Dinge man doch leicht mal wieder vergisst, habe ich doch Not getrunken und schweren Herzens mal zu diesem Hilfsmittel von Stift und Papier gegriffen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Gerade im letzten Monolog war ja das Thema des Schrecken Isaaks unter anderem anzutreffen. Und was nicht erwähnt wurde, ist, dass der Zahlenwert von diesem Wort Schrecken Isaaks, Pachad Yitzchok, genau die 300 ist. Also die 208 von Yitzchok, Isaak, plus die 92 des Wortes Pachad P-Chet-Dalit ergibt also die 300. Und die 300 hat einen sehr drastischen Bezug, sagen wir mal, zu Gottes Namen überhaupt oder zum Göttlichen überhaupt. Wir haben auch beim Zeichen Schienen schon so ein, das ein oder andere gesagt, was dessen hervorgehobene Stellung angeht, dass gerade das Schienen auf dem, auf den Kopf Tefillin so präsent ist, in der doppelten Weise. Diese, was glaube ich bisher noch nicht angesprochen wurde, ist das eine von diesen Schienens, also was ja anders gezeichnet wird als üblicherweise, nämlich mit 4 anstatt mit 3 Haken, die zusammenlaufen in der Wurzel. Also, dass dieses 4-arme-Geschienen gelegentlich auch als das eigentliche 23. Zeichen, also den Zahlenwert 500, ausdrückend aufgefasst wird, gedeutet wird. Nicht, weil man sagt, es ist tatsächlich dieses Zeichen, so sieht das aus, denn man bleibt dabei, weil dieses 500, den Zahlenwert 500 repräsentierende Zeichen, dieses 23. und auch gleichzeitig 0. gewissermaßen, dieses Zeichen ist einfach das verborgene Zeichen und wir wissen nicht, wie es aussieht oder wie es ausgesprochen wird, aber als eben ein Symbol für dieses unsichtbare Symbol, könnten wir vielleicht sagen, hat sich eben eingebürgert, dieses veränderte Schienen auf den Tefillin dafür zu halten. Überhaupt auch, dass diese Tefillin auf den Rosh, auf den Kopf gesetzt, aus dieser Resch der 200 des Kopfes, die 500 machen, den vollkommenen Wert dieses Kopfes erst herstellen, durch die Vervollständigung mit diesem Auge der Einheit, oberhalb den Augen der Zweiheit, unseren zwei Augen. Das wurde alles schon mehr oder weniger klar ausgedrückt, angesprochen. Diese 300 also könnte einem schon mal aufgefallen sein als etwas Besonderes, dass die Dreiheit, die ja darin steckt, in der Zukunftsvariante der 100er Ebene, mit dem geistigen Prinzip assoziiert ist, mit dem himmlischen gegenüber der Vierheit, des irdischen, des weiblichen, ist auch alles schon angesprochen worden. So liegt es also eigentlich auch nahe, dass ja gerade in dieser Dreiheit auf der Ebene der Sehnsucht, der Zukunft, des Erhofften und Erwarteten, der kommenden Welt, der Aulam Haba, dass gerade darin sich vielleicht dann auch das Geistige im Sinne Gottes wirklich, also des Himmels, der sich als das ständig am Ankommen seiende Ware verkörpert, verkörpert, repräsentiert in diesem Shin also ist. Shin ja auch mit der Feuerflamme, von der Form her assoziiert mit dem Wort Esch, wo dieser Shin-Laut, so dieses tragende Moment im Klang ist. Also diese ganze Dimension des Himmlischen, was sich zur Erde niedersenkt, als das Ersehnte steckt vielleicht in diesem Shin und damit eben auch in dem Zahlenwerte 300. Nun gibt es noch weitere Wörter, die auch diesen Zahlenwert 300 haben, oder beziehungsweise Wörter, die in ihren anderen Werten, also nicht im äußeren Wert, auf diese 300 kommen. Und gerade, wir haben schon gesagt, die Gottesnamen spielen hier eine Rolle. So sind vor allem die zwei, sagen wir mal, wichtigsten Gottesnamen. Also einmal der allererste Gottesname in der Bibel, das Elohim, und auf der anderen Seite der vier Buchstaben, vier Zeichennamen, das Tetragramm, dieses Yod-Heh-Wav-Heh, der Ewige, was dann im gesprochenen Text gelegentlich, oder üblicherweise als Adonai, als der Herr, als mein Herr, auch meine Grundlage, meine Basis, könnte man dieses Wort Adonai übersetzen. Und wenn man es dann zwar gleich schreiben, aber er denn nie aussprechen würde, soweit ich weiß. Jedenfalls dieses Adonai und Elohim, dieser Gegensatz, dieser zwei Gottesnamen, die aber dann eben im Bekenntnis Adonai, Hu, ha-Elohim, gerade identifiziert werden, als das eine ist der andere, ist auch das andere. Da gibt es nicht zwei verschiedene Götter, Gottheiten, sondern das eine ist das andere. Es ist identisch. Diese Zweiheit, die eine Einheit darstellt. In den äußeren Werten hat Adonai, im Sinne von Hashem, also im Sinne von dem Namen mit den vier Zeichen, Yod-Heh-Wav-Heh, bekanntlich den Zahlenwert 26, und Elohim hat den Zahlenwert 86. Und entsprechend müssen wir in die tieferen Ebenen dieser beiden Worte reingehen, um die Gemeinsamkeiten zu finden. Und da zeigt sich dann eben, dass gerade diese 300 ist, die diese Identität dann auch, ja, was heißt schon beweist. Dieses Wort hat eigentlich nichts verloren in der Überlieferung. Das sind alles mythische Bilder und eher wie ein Kunstwerk, anstatt wie eine Wissenschaft zu verstehen. Ein Kunstwert kann man auch nicht beweisen in dem Sinne, sondern man kann es nur erleben. Und so ist es eben auch mit diesen Zahlen- und Wortspielereien der Überlieferung. Da hätten wir also Yod-Heh-Wav-Heh, die 10, 5, 6, 5, die im Ad-Bash-Wert, also in der anderen Seite der einzelnen Zeichen, genau die 300 ergibt. Da ist dann die 10, die 40, und so weiter. Das kann jeder selber nachrechnen. Dagegen, Elohim, muss man den vollen Wert nehmen, um auf die 300 zu kommen. Und da gibt es dann die Besonderheit, dass manche Zeichen mehrere Möglichkeiten in sich tragen, einen vollen Wert anzugeben. Bei Elohim ist gerade das Heh das Interessante. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Man kann das Heh mit Heh-Alef schreiben, man kann das Heh mit Heh-Heh schreiben, aber in diesem Fall wird es eben mit Heh-J geschrieben. Und das Yod wird mit einer Waffe noch dazwischen geschrieben. Auch das wird gelegentlich weggelassen, beim vollen Wert dieser Yod. Da kommt eben als Ganzes die 300 raus. Also, der volle Wert von Elohim und der Ad-Bash-Wert von Hashem, von dem 4-Zeichen-Namen, Yod-Heh-Wav-Heh, ist beides die 300. Dieser Sheen, dieser Feuerflamme, die sich vom Himmel senkt. Zwei weitere Begrifflichkeiten aus dem biblischen Hebräisch, die auch diese 300 verkörpern, im äußeren Wert, sind einmal der Riyach Elohim, also der Geist Gottes, wie er schon in der Schöpfungsgeschichte ziemlich am Anfang, quasi auf der ersten Bibelseite, auftaucht. Und der Riyach-Nihoach, der Geruch des Wohlgefallens, oder der wohlige Geruch, der dann immer bei den Opfergaben aufsteigt, als diese Essenz, die sich eben dem Göttlichen zur Freude darreicht, sozusagen. Soviel also erstmal zu 300, aber ich sehe gerade noch eine Randnotiz. Zu 24 wurde manches gesagt, aber eher wenig. Zur Vollheit des Tages, die zwei Seiten der Zwölfheit und solche Geschichten. Die 24, wenn sie entfaltet wird, also plus 24, plus 23, plus 22 und so weiter, bis plus 1, ergibt es auch die 300. Aber wie gesagt, das war es gerade nicht. Ein bisschen kürzer abhaken, können wir vielleicht die 58, also die Zahl der Gnade, auch von Noach, dem Trost oder der Ruhe, Trost, dann schon Nachham. Diese 58 ist vor allem auch dadurch interessant, dass sie sozusagen die andere Seite des Gerichtes und des Richtens ist. Also im Wort Schofet oder Schafat, das Richten und auch das Gericht eben. Wenn wir den Atabash-Wert dieses Wortes nehmen, also die Shin, die Peh und die Tet, dann haben wir auch die 58, sodass sich also diese Gnade als die andere Seite des Gerichtes zeigt. Also das ist ja ein großes Thema. Gerechtigkeit, zu der eben das Gericht und der Richter berufen ist, mit der Gnade, der unverdienten, das ist ja quasi per Definition in dem Wort Gnade enthalten, also der unverdienten Gnade, wie sich diese beiden, Gericht, Gerechtigkeit und Gnade, wie da die Einheit bestehen kann. Ein gnädiger Richter kann ja nicht einfach Schuldige straflos davon kommen lassen. Zumindest auf den ersten Blick wäre das dann wiederum eine Ungerechtigkeit beispielsweise den Leidtragenden, den Opfern der Verbrechen gegenüber. Das Geheimnis tritt sich eben aus in dieser Doppelseitigkeit aller Dingen, die sich eben in diesem Atabash-Wert der hebräischen Sprache, der hebräischen Zahlen müßig, sagen wir mal ausdrücken. Wie das dann in der einzelnen Situation sich gestaltet äußerlich, das kann niemand irgendwie mit einer Pauschalerklärung erhellen, sondern das muss sich jedem selber zeigen, wenn er in der Situation ist. Aber vielleicht nur als kleine Idee, der Richter kann die Gnade nicht dann walten lassen, wenn er als außenstehende objektive Betrachtungsinstanz zwischen zwei Menschen einen Streit richten muss. Aber er kann durchaus diese Gnade walten lassen, wenn er selbst das Opfer einer Untat, einer Bosheit geworden ist. dann hat er das Recht sozusagen freiwillig, niemand kann ihn dazu zwingen, das ist keine Pflicht, sondern eben ein Recht, auch Gnade walten zu lassen, zu vergeben, sogar ohne, dass er darum gebeten wird. Einfach eben aus Gnade. Ein weiterer Begriff, ein weiteres Wort ist Noga, das ist der Name des sechsten Planeten, also auch des Planeten des sechsten Tages, entsprechend mit diesem sechsten Tag der Schöpfung assoziiert. Das ist eben die Venus in der westlichen Ausdrucksweise. Das ist auch der Morgenstern und damit wiederum mit einem anderen hebräischen Begriff assoziiert, mit der Ayeletta Shachar, also mit der Hindin der Morgenröte. Es gibt einige Psalmen, die mit einem Hinweis auf besagte Hindin der Morgenröte anfangen. Es wird dann natürlich auch gedeutet, da ist eine bestimmte Art der Melodie oder eine bestimmte Art, das Instrument zu spielen. Aber die Überlieferung sieht da noch einen Hinweis auf die Rolle des Messias und eben des Sohnes Davids, der dieser Messias ist und auch den Bezug von David zum Hirsch. Und die Hindin ist ja der weibliche Hirsch, also die erscheinende Seite dieses Hirsches. Und da wird also dieser Bezug gesehen, dass der Morgenstern, die Erlösung, den Anbruch des Tages nach der Dunkelheit der Nacht ankündigt und schon vorher da ist. Genau im dunkelsten Moment der Nacht taucht dieser Morgenstern auf. Deswegen dieser Morgen, dieser frühe, dieses Morgengrauen auf Hebräisch, Shachar, heißt eigentlich einfach schwarz. Also das Wort schwarz ist dasselbe, selben Buchstaben, selben Zeichen. Also in der Schwärze erscheint diese Hindin des Morgengrauens, die Hindin der Schwärze, könnte man auch sagen. Dieser weibliche Hirsch, dieses Geschwindetil, das eben so schnell schon da ist, sich so eilt, wie die Erlösung sich eilt, dass sie schon da ist, bevor sie überhaupt ersehnt wird. Und da also auch dieser Bezug zur Nogar, zu wörtlich könnte man Nogar übersetzen als strahlend, aber auch erscheinend einfach. Und am sechsten Tag erscheint ja auch der Mensch. Und diese ganze Basis für alles Weitere, diese ganze Grundkonstitution mit dem Fall, mit dem Fall in die Zeitlichkeit und der Entfaltung des langen Weges als dem siebten Tag und dem darauf folgenden, was wir auch schon angesprochen haben. Also diese Nogar, die Venus, auch die 58. Denn schon im Fall des Menschen ist auf dieser Ebene eben auch die Gnade erteilt. Und noch auch eine Handnotiz, auch die Herrlichkeit des Ewigen, die Kavau de Adonai, also Kavau de Hashem, die Ehre, das Gewicht, die Schwere, die Pracht, die Herrlichkeit des Tetragrammatons, also des Ewigen, des Herrn, hat auch den Wert 58. Und ja, diese Herrlichkeit des Herrn ist ja dann üblicherweise gerade auch das Erscheinende des Herrn, also die Einwohnung, die Schrimar, die weibliche Seite Gottes, die eben hier mit in die Welt hineingeht. und zum Trotz aller Bedenken sozusagen auch, die sich im symbolischen oder im mythischen Bild gesprochen, in Gottes innerem Regen, diese Bedenken bei der Schaffung der Welt und vor allem des Menschen als seines eigenen Sohnes, den er in diese Welt schickt. Da wird dann gesagt, dass diese Schrimar sich löst von Gott, die weibliche Seite löst sich von der männlich-weiblichen Ganzheit Gottes, um eben mit in diese Schöpfung hinabzusteigen, diesen Sohn Gottes, den Menschen eben, den Urmenschen zu begleiten, hinab bis ins Tiefste zu steigen, um dann auch dafür zu sorgen, dass er wieder zurückkehren wird. Und in diesem Sinne also auch da wieder die 58. Gnade verknüpft mit diesem Hier Erscheinen in der Welt, sowohl des Menschen am sechsten Tag, dem Tag der Venus, der Nogar und eben auch der Schrinar, dieser Kavau der Adonai, der Herrlichkeit Gottes als der Einwohnung des Göttlichen hier in der Welt, hier unten in der Materie. Und als die weibliche Seite Gottes, auch die Mutter der Schöpfung damit sozusagen, hat auch das Wort Rachem der Barmherzigkeit und der Rechem der Gebärmutter des Weiblichen, der weiblichen Wesen damit zu tun. Dazu wurde auch schon sein oder andere gesagt. Und wo gerade hier ein Übergang möglich ist zum Wort Rechem, was ja auch den Zahlen der 248 hat, könnten wir noch manches hinzufügen, da kam ja im Laufe der Monologe schon zwei, dreimal etwas zu. Erst war nur von Abraham die Rede und dem Esel, dem Hamor und dem Ton des Töpfers, dem Chomer und der 248 als der Zahl der Knochen des Skelettes, also des inneren Gerüstes der Körperlichkeit und der auch der positiven Empfehlungen in der Tora mit ihren 613 Empfehlungen und Verboten Geboten und Verboten in der Tora also 613 und das Wort, der Begriff in der Tora Batora ist auch vom Zahlenwert genau 613. Also wie sagen wir mal wörtlich man diese Zahl als Quantität verstehen will, sei ihm selbst überlassen. Natürlich, es gibt diese Auflistung im jüdischen Brauchtum, man kann durchaus 613 auf den Punkt genau zählen, allerdings gibt es auch sich widersprechende Listen dieser 613 und man könnte das Ganze auch eben erst einmal einfach hinnehmen als keine quantitative Angabe, sondern eine qualitative in der Tora Batora 613 ganz klar und das eben aufgespalten in die 248 die mit dieser ganzen körperlichen Esels Avraham Seite zu tun hat und die 365 zu der wir bisher viel weniger gesagt haben und viel wird auch nicht mehr dazu kommen jetzt, da ist mir nur das ein oder andere noch eingefallen sowas ist eingefallen natürlich habe ich nachgeschlagen in einem Zahlenlexikon überhaupt etwas zu finden was wirklich von diesem Wort 365 von diesem Wert 365 exakt kündet und das einzige was mir da jetzt ein bisschen passend erscheint ist Bisroa Netriya das ist eine Formulierung die oft beim Auszug aus Ägypten genommen wird als mit dem starken Arm also Zroa ist der Arm und Netriya ist dann halt eine bestimmte Form dieses kräftigen das Wort für den Arm Zroa ist von dem Wort für Samen abgeleitet also vielleicht mal im Zusammenhang zu verstehen dass unser Arm mit dem wir handeln das fruchtbar sei sein soll und ist daraus eben der Samen gesät wird den wir in dieser Welt hinterlassen aus dem dann Neues erwächst und dieses Bisroa Netriya also das einzige mit dem Wert 365 was in diesem Lexikon mir aufgefallen ist von Axel Nitschke sein Andenken zum Segen wunderbare Arbeit dieses Zahlen Lexikon frei verfügbar auf seiner Website man findet es beim Googlen sicher leicht eine andere 365 ist mir dann doch noch zugeflogen als ich einfach mal die drei Bestandteile auseinander genommen habe also 360 und 5 da haben wir dann die Schien die Samer und die He und da ist es einem schnell auf da fällt es einem schnell auf dass man die Worte oder das Wort Haschass daraus bilden kann und das ist sozusagen die umgangssprachliche Abkürzung im jüdischen Brauchtum für den Talmud denn der Talmud besteht aus sechs sogenannten Ordnungen die wiederum aus meist so um die zehn, zwölf Traktaten bestehen und diese sechs Ordnungen heißen dann auf Hebräisch ich glaube Shisha Sederin also Seder ist die Ordnung Shish die sechs und es wird einfach abgekürzt als Schass also das Schien und das Samer einfach zusammen eher als ob es ein Wort wäre gesprochen und Haschass also noch der bestimmte Artikel davor und Haschass der Talmud ist also sozusagen der Haupt Körper Korpus des der mündlichen Seite der Tora also die schriftliche Tora speziell eben die fünf Bücher Moser aber insgesamt die ganze schriftliche Bibel und demgegenüber eben die mündliche Tora und das ist eben insbesondere dieser Talmud Haschass und da haben wir halt auch wieder die 365 also das Knochengerüst das Innerliche ist das Feststehende das die Heilige Schrift wirklich im schriftlichen Sinne die Bibel und demgegenüber oder drumherum könnte man sagen das was erst ermöglicht dass dieses Knochengerüst auch hier in der Welt leben sein kann und sich bewegen kann ist dann alles Fleisch alle Muskelstränge drumherum die dann eben in dieser Zeit 365 angegeben werden und das ist dann eben die mündliche Tora die mündliche Überlieferung repräsentiert in diesem Talmud mit seinen sechs Ordnungen Haschass und so haben wir jetzt auch schon die 365 kurz abgehakt aber zurück zu 248 denn was mir noch bisher nicht auch eingefallen war ist dass neben Abraham neben Hamor Homer Rahem Rechem auch das Wort Jerem genau diese im Buchstaben genau diese im Zeichen ja nur in einer anderen Reihenfolge hat und Jerem ist zunächst einmal einfach das Bannen also der Bann aber vor allem dadurch ist es interessant in diesem Zusammenhang weil der Baumeister ich glaube das wurde auch schon in einem Kontext irgendwann mal angesprochen der phönizische thürische Baumeister für den Tempel Salomos wird eben Hiram an vielen Stellen genannt und oder Huram aber auf jeden Fall von der Wurzel Jerem abgeleitet also auch da zeigt sich wieder dass er ja gerade der ist der für die körperliche Seite dieses Hauses Gottes zuständig ist die Materialien zusammenstellt und entwirft wie es dann sich hier in der Form zeigen soll natürlich die geistige Seite ist dann das was der ewige Selbst reinbringt seine Einwohnung wiederum aber der Leib so wie die Phönizier uns die Zeichenschrift gebracht haben so bringt uns dieser Phönizier eben auch das Gebäude das Steingebäude wiederum bitte im mythischen Bild zu verstehen dass dann das Haus Gottes das Haus der Heiligen das Haus der Heiligkeit sein wird das Beisamikdash und wie ist das Göttliche überhaupt ganz allgemein präsent hier unter innerhalb der Schöpfung unter uns Menschen auch als der Mensch als die Menschheit wenn sie dem gerecht wird zu dem zu was sie berufen ist ist also hier unten das Göttliche zu repräsentieren wie eben der Schattenwurf Gottes in die Zeitlichkeit hinein so wie auch Christus eben wurde auch schon mal erwähnt sich als der Sohn kann nichts tun als das was er den Vater tun sieht also wie die Abschattung wie der Schatten nur das die Bewegung zeigen kann die das dreidimensionale Urbild der Körper auch tut welcher eben den Schatten wirft und so ist eben der Vater dieser Körper der Vater im Himmel und der Sohn hier mitgehend in die Zeitlichkeit hinein ist das Schattenbild die Abschattung des Göttlichen und der Urmensch eben als genau das geschaffen Betzelem Elohim in der Abschattung Gottes in der Abschattung Elohims also diese Mannigfaltigkeit des Göttlichen in der Welt und dieses Betzelem Elohim ist eben ein weiteres Mal dieser Zeilen der 248 ein Punkt der mir auch beim Resümieren des bisher Monologisierten aufgefallen ist das gerade in der Jona Thematik obwohl ja der Bezug zur Reise durch die Unterwelt im neunten Tag und dann der Rückkehr daraus und der Neugeburt sozusagen herausgestellt wird kein einziges Mal der Bezug zum Fisch zu dem Fischbauch gemacht wird in dem Jona sich eben wiederfindet nachdem er auf seiner Flucht nach Tarshish vom Schiff über Bord gegangen ist und im Meer eben von diesem Fisch verschluckt wird dabei wird gerade eben genau dieses Aufenthalt im Fischbauch ganz eindeutig mit diesem Aufenthalt in der Sheol in der Unterwelt im Totenreich assoziiert in der Überlieferung zu Jona überhaupt auch der Bezug der Neunheit zur Wahrheit wurde ja immer wieder angeführt aber dann nicht einmal erwähnt dass der Name Jonas angegeben wird als Jona Sohn des Amitai also Ben Amitai und Amitai ist mal wieder so eine tolle Übersetzung wo der Name einfach nur ohne auf die Bedeutung zu gucken quasi in Umschrift ins Deutsche gebracht wird aber Amitai ist eben Emet die Wahrheit mit noch einem J hinten dran also Amitai Emeti sozusagen meine Wahrheit einfach er ist der Sohn von meiner Wahrheit dieser Jona dann noch einige sehr ich könnte sagen spitzfindige Details die jetzt nicht direkt mit Jona zu tun haben aber zum Begriff der Wahrheit mir interessant als was heißt interessant ist kein schönes Wort als sehr faszinierend und sehr sprechend aufgefallen sind das nämlich ein Wort für Lüge beziehungsweise Täuschung Sheker was zum Beispiel bei den in den 10 Worten beim du sollst kein falsch Zeugnis geben im Original auftaucht du sollst kein Zeuge der Sheker sein also kein Ad Sheker das Wort Sheker hat im Ad Basch Wert genau diesen Zahlenwert 9 also wiederum dieses Totenreich aber auch die Gebärmutter und mit der Wahrheit zumindest assoziiert als diese 1,40,400 also die Grundstruktur der Wahrheit genau gleich mit den gleichen Zeichen geschrieben ist zudem noch ein anderes Wort nämlich der Knoten Kaschar also Kuf Shin Resh und entsprechend hat auch dieser Knoten als Ad Basch Wert die 9 und der Knoten taucht in so Geschichten wie den gordischen Knoten auf eine Geschichte die auch in der jüdischen Überlieferung erwähnt wird also Alexander der Große einen Knoten durchschlägt der als unentwirrbar gilt und damit vermeintlich das Rätsel gelöst hat aber so wird dann gesagt das repräsentiert sozusagen den aristotelischen Riss durch das menschliche Weltauffassen weil Aristoteles so diese Logik der Dualität so groß gemacht hat und Aristoteles gilt ja auch als der Lehrer oder der Erzieher von Alexander dem Großen und das was eben als dieser Knoten da ist kann eben nicht wirklich in dieser Welt aufgelöst werden man sieht nicht wie genau diese Windungen verlaufen man sieht nur da geht der eine Faden rein in den Knoten und da kommt der andere die andere Seite wieder raus aber was genau diese Verbindung dieser Knoten selbst eben ist das wissen wir nicht deswegen auch der Knoten bei den Tefillin am Hinterkopf und der Knoten am Arm bei den Arm Tefillin und das ganze Winden ist ja auch eine Art von Knoten das Binden ist eigentlich kein Binden im wirklichen Wort im Schmai Israel wird es ja gesagt Knotet es euch als Zeichen auf eure Hände Knotet sie die Weisungen die Empfehlungen des Ewigen euch als ein Zeichen auf eure Hand und dieses Knoten ist da so genannt Kasher Kasher und nicht etwa irgendwie ein anderes Wort was Binden oder Wickeln bedeutet sondern wirklich Knoten also dieser Knoten der ist in der Überlieferung durchaus bekannt als das was eben den Himmel und die Erde verbindet was aber eben zeigt dass die Differenz zwischen Himmel und Erde eben einer solchen Natur ist also solcher Art ist dass wir nicht genau wissen wie diese Verbindung zustande kommt und was dann ja auch angegeben wird mit den 500 Ellen die der Himmel von der Erde entfernt ist in dieser Welt der 400 einfach nicht zu erreichen und genauso hier dieser Knoten am Hinterkopf bei den Tefillin und am Arm gegenüber dem Herzen wir wissen nicht wie das was vom Kopf vom Geistigen in uns die Impulse veranlasst in unser Handeln dann hineinspielt wir können es versuchen zu erklären im Nachhinein aber eben nur im Nachhinein in dem Moment wissen wir nie wie dann wirklich die Gründe für unser Handeln sich gestalten wir handeln einfach das hier ist die Welt des Handelns und gerade das wir erst im Nachhinein sozusagen versuchen können zu rekonstruieren was da wirklich passiert ist zum Beispiel auch wo der Himmel eingegriffen hat in dem Sinne wo wir also Gott schauen können in unserem eigenen Leben in unserem eigenen Schicksal das geht nur von hinten im Rückblick und so wird dann auch gesagt bei der Stelle wo Mosche den Ewigen darum bittet doch ihn einmal sehen zu dürfen bevor er seine Mission die Kinder Israels aus Ägypten herauszuführen antreten kann und da sagt Gott ihm kein Mensch kann mich von Angesicht zu Angesicht schauen ohne am Leben zu bleiben aber du sollst mich von hinten sehen und dann verbirgt er ihn also dann birgt sich Mosche in so einem Felsen so in dem Zur und Mosche und der Ewige Adonai zieht vorbei spricht seine diese Wörter ewiger ewiger Gotteskraft Gott der barmherzig und gnädig ist geduldig geduldigen Gemüts da offenbart also Gott sozusagen seine 13 Attribute der Gnade könnte man sagen da sagt man dann eben auch da konnte Mosche dann nur als er schon vorbei ist hinblicken und ihn also von hinten sehen wir dann wieder weiter sich entfernt und was er dort sieht ist eben auch der Hinterkopf Gottes wie dann gesagt wird mit diesem Knoten dem Knoten der Kopf Tefillin denn nur so können wir das Göttliche hier in der Welt wahrnehmen durch diesen Knoten den wir nicht entwirren können und wenn wir uns wie Alexander der Große einbilden anmaßen ihn einfach durchschlagen zu können dann haben wir nur die Verbindung von Himmel und Erde gekappt aber wir haben nicht den Knoten gelöst im Sinne von begriffen und verstanden wie diese Verbindung zustande kommt aber nicht falsch verstehen Alexander der Große gilt durchaus als ein guter ein guter Fremdling sozusagen im jüdischen Brauchtum Kinder werden auch bei Juden durchaus als Alexander also nicht getauft aber benannt geben ihm man gibt ihm den Namen Alexander in Ehre in Ehrung dieses Alexander des Großen oder Alexander des Makedonias wie er dann auf jüdisch im jüdischen genannt wird dann noch ein anderes Wort das auch Lüge bedeutet und zwar Kasib Kasub oder so ähnlich also Kaff sein Bett geschrieben das hat im Atembachschwert nicht die 9 sondern die 400 also da haben wir wieder das Ende der Welt nur und die Vollendung dieser Welt womit eben auch das Wort Emmet Wahrheit endet worauf diese Wahrheit die zwar ausgeht von der Alle von der Einheit aber dann eben hingeht zu Tav zu Tau zu 400 zum Kreuz zum Ende dieser Welt gut die eine Notiz die ist nicht so besonders gehaltvoll zu sein scheint zu 359 hatten wir im Zusammenhang mit dem Kampf am Jabbok von Jakob gesagt dass eben diese Zahl dem Namen Jakob hinzugefügt wird um daraus Israel zu machen und dass es eben die Zahl des Satan des Widersachers ist erwähnenswert und glaube ich noch nicht erwähnt ist aber vielleicht noch das die 358 also nur eine weniger im Wert die Zahl des Moschiach ist des Messias also und auch der Simcha also der Freude die immer einhergeht mit dem Erleben des Messias diese 359 aber also das was auch vielleicht könnte man sagen noch ein Punkt vor der Vollendung des Kreises ist also die 360 wie zum Beispiel bei Erzerkene Gdo bei der Hilfe ihm gegenüber also dem als was die Frau dem Mann gegenüber gestellt wird als seine andere ihn vervollständigende Seite sozusagen diese 360 ist also die Vollendung des hier in der Welt verkörperten die Einheit in der Zweiheit könnte man vielleicht sagen die dann diese diese Rundheit ergibt im guten Sinne nicht wie im Sinne des goldenen Kalbes was ja auch der Igul der Kreis ist aber im Sinne eines künstlich erzeugten eben eben eines gegossenen Bildes also bei der 359 des Satan fehlt genau dieser letzte kleine Punkt um den Kreis voll zu machen was noch hier vermerkt ist dass auch das Wort Schittim diesen Wert 359 hat und Schittim mit Ted geschrieben also Schintet J Mim geschrieben ist die Pluralform von der Akazie also von dem Baum oder Holz Akazie und Akazienholz ist wohlgemerkt das einzige Holz was in der Stiftshütte verwendet wird hat durchaus einen sehr engen Bezug zum Heiligen in den Bildern der Bibel im Mythos der Bibel aber Schittim ist auch der Name der letzten Station der 42 Stationen der Wüstenwanderung also bevor diese Wüste dann verlassen wird und das Heilige Land das gelobte Land dem sind also der achte Tag unter Joshua betreten werden kann also genau an dieser letzten Station kurz vorm Erreichen des Durchbruchs in den achten Tag hinein bei dieser 42 auch wartet eben genau bei dieser bei diesem letzten Schritt bevor man den Übergang schafft wartet also auch wieder die 359 man könnte sagen da wartet also auch der Hinderer noch einmal der Satan und vielleicht können wir hier gerade den Übergang zu Joshua noch schaffen Joshua wurde auch schon vieles zugesagt dass er ja gerade diesen Durchbruch durch die Welt der Siebenheit in den achten Tag hinein schafft eben den Einzug ins gelobte Land den Durchbruch von der Wüste durch den Jordan Fluss durch den Yarden den Fluss der mit seinem Namen das Hinabsteigen andeutet man sagt ja auch über den Jordan gehen im Sinne von diese Welt verlassen und diese Welt des siebten Tages ist es eben die dort verlassen wird um dann eben das gelobte Land diesen achten Tag zu erreichen und wir haben schon gesagt dass eben die 50 gerade dafür steht dass die 7 mal 7 die Erfüllung der Siebenheit durch Stoßen durchbrochen wird um diese Achtheit zu erreichen und der Name von Joshua der wurde bisher noch gar nicht angesprochen ist halt auch sehr deutlich was das angeht Joshua Sohn des Nun Ben Nun dieses Wort Nun ist also genau der Name dieses 14 Zeichens was eben den Zahlenwert 50 trägt noch so ein paar Sachen ein Unterschied von der 45 zu 50 habe ich hier aufgeschrieben noch nur zwei Stichworte die 45 ist die Zahl von Adam unter anderem Aleph Dalet Mem die 50 eben mit diesen ganzen Assoziationen zum achten Tag Durchbruch durch die Siebenheit die 45 ist also sozusagen noch genau auf der Hälfte von der Vierheit zur Fünfheit auf der Ebene der Zehner dieser Ebene der Gegenwart und es gibt nun zwei Fragewörter die genau diese beiden Werte 45 und 50 auch haben und zwar ist das bei der 45 das Ma Mem He geschrieben das Was also wenn man den Blick in den Himmel richtet und fragt Was dann ist man noch menschlich dann ist man Adam bei dieser 45 noch genau am Mittelpunkt zwischen der Wendung zur Vierheit der Welt oder der Wendung zur Fünfheit des Fruchtprinzips der Geburt von etwas Neuem und dieses Was also bringt uns noch nicht in diese 50 hinein denn das Was ist unpersönlich wenn man den Himmel nur als eine Art Naturgesetzlichkeit sowas wie Gott als das höchste Naturgesetz versteht sich aber weigert eine persönliche Beziehung anzustreben zu ersehnen zu diesem Göttlichen zum Ewigen dann bleibt man eben bei Adam stehen bei der 45 von Adam dagegen wenn man Mi fragt wer Mem J geschrieben dann hat man eben wieder die 50 und zwar sogar noch in ihrer Struktur der 40 und der 10 also der 4 1 der 1 4 dieses 1 4 Prinzip ist ja schon einmal angeklungen sehr wichtiges Grundprinzip in der ganzen Bibel und jüdischen Überlieferung hebräischen Sprache und eben auch im Neuen Testament überall anzutreffen also die 4 Evangelien und dann die 1 dem gegenüber als die Apostelgeschichte die Taten der Apostel also die Praxis zur Theorie der Evangelien könnte man sagen in Bezug auf die Nachfolge zumindest die Nachfolge des neuen Weges des Christus also da auch wieder diese Mi 40 10 4 1 der Durchbruch durch die Siebenheit ist die Frage nach dem Wer die innige persönliche Beziehung zum Göttlichen ob das dann damit einhergehen muss dass man sich Gott als einen weißbärtigen Mann auf der Wolke sitzend vorstellt möge jeder wieder für sich selbst entscheiden aber komplett sich solchen Bildern solchen Vehikeln zu verweigern um sich dem Ewigen als das Menschliche was wir nun mal sind zu nähern das ist dann eben das Stehenbleiben bei dem Ma bei dem Was bei der 45 Nachdem wir schon Jona mal angesprochen hatten und dort ja auch viel die Rede von dem Ich dem Anni und dem Anhochi war beim Anni haben wir den Zahlenwert 61 angesprochen und das Wort des Nichts den Begriff des Nichts was mit denselben Zeichen wie Anni geschrieben wird Ein nur in anderer Reihenfolge was also auch diesen Zahlenwert der 61 hat sodass man so sagen kann dass die 61 eben als Prinzip diesen Zusammenhang ausdrückt zwischen dem Anni und dem Nichts dem Nichts auch eben als der Quelle zu allem und da habe ich auch wiederum beim Studieren des Zahlenlexikons von Alfred Liebezahl Axel Nitschke noch den einen oder anderen sehr schönen Zusammenhang entdecken dürfen zunächst einmal was mir auch hätte selber schon auffallen dürfen was ich übersehen habe dass auch das Wort für Götze oder ein eins von vielen Wörtern für Götze Elil mit diesen Wurzelzeichen also mit den Wurzelzeichen Aleph Lamed Lamed also auch mit dem Zahlenwert 61 geschrieben wird und gerade das Verb was dann dazu gehört Elel oder Alal ist sowas wie vergötzen etwas vergöttern was nicht des göttlichen nicht der Gottes verehrung würdig ist etwas vergötzen also wirklich das ist also auch die 61 und ich denke unnötig jetzt den Bezug ausführlich darzulegen wie man eben auch das eigene Ego zu so einem Götzen machen kann und gerade dieses Alil als Wort für den Götzen betont vor allem dieses nichtige also da steckt eben auch das Al das Aleph Lamed im Sinne von nicht drin denn nicht nur Lo Lamed Aleph geschrieben bedeutet nicht oder kein oder nichts sondern auch umgekehrt Al in manchen Zusammenhängen also Aljanim Shamrecha in einem Psalm 121 zum Beispiel Aljanim Shamrecha es schläft nicht dein Beschützer dein Shamair er schläft nicht also Aljanim und eben von diesem All könnte man abgeleitet verstehen dieses Alil diesen Götzen diesen nichtigen diese nichtzeit was aber auch interessant ist wir haben ja auch gesagt dass eben dieses Anni gewissermaßen überhaupt die Grundlage des Weltwahrnehmens ist wie es eben den Menschen hier auferlegt oder gegeben ist und Einwort für Grundlage das hatten wir eben schon angesprochen beim Namen für Gott Adonai als mein Herr dass man es auch heißt Adonai übersetzen könnte oder aufsprechen könnte wenn es genau so geschrieben wird und Adon ist eben das Fundament die Basis also in der Beschreibung der Stiftshütte wird immer dieses Wort für die Sockel von verschiedenen Zaun Pfeilern also ja Zaun Pfeilern und Ähnlichem benutzt dieses Adon so ist also Adonai mein Sockel mein Stand Fundament mein Standbein das worauf ich fest gründe das ist eben mein Herr Adonai meine Basis mein Fundament und das Wort was die Wurzel davon ist also ohne die J als Endung für den für die erste Person Singular ist dann einfach Adon und Adon wird dann üblicherweise auch mit einem Waff geschrieben damit es auch ganz klar als eben der Herr als diese Grundlage verstanden wird und Adon mit diesem Waff geschrieben ist dann eben auch wieder der Zahlenwert 61 so ist also auch da die Rolle des Ichs als das Anni als der Grundlage der gesamten Wirklichkeits Auffassung dieser Bezugspunkt eben noch einmal hervorgehoben wird unterstrichen wird was aber dann noch die Krönung dieser kleinen Anekdoten zu 61 ist ist das eben die 61 auch der Adbash Wert also die andere Seite des Wortes Satan also das Satan des Widersachers ist wo sich eben zeigt ja manchmal tritt der Satan uns mit seiner Vorderseite sozusagen entgegen als die äußeren Hindernisse unseres Lebens die Anklagen auch natürlich die Verführungen und alles was so mit ihm einhergeht aber seine andere Seite die ist uns noch viel näher die verborgene Seite sozusagen die ist eben auch diese 61 und damit sehr sehr eng verknüpft mit unserem Anni mit unserem ursprünglichsten Bezugspunkt als Individuen zu unserer ganzen Weltauffassung von der 61 hatten wir vor allem im Zuge der Jona Erzählung erzählt und so können wir vielleicht noch mal von Jona ausgehend auch das Wort oder den Begriff des Fisches angehen wobei weniger jetzt im Sinne wie dann bei Jona der Fisch ihn verschlingend als eben diese Unterwelt auftritt aber doch als der Fisch der eben in seinem Inneren etwas Verborgenes hat so wie auch die Unterwelt in sich all das Gestorbene bewahrt und verbirgt was dann aber als die Gebärmutter sich dann auch erweisend wiederum geboren wird zur Auferstehung allen Gestorbenen zum wieder Lebendigwerden allen Gestorbenen in den zehnten Tag hinein und auch das wiederum dann eher im Zusammenhang mit der Geschichte von Salomo und seinem Ring und dessen Erleben dieses neunten Tages als dem Verstoßensein aus seinem Königreich und dem Gang durch die fremden Königreiche auch dort ist der Fisch aufgetaucht als gerade das was dann den Durchbruch bringt als dieser Fisch geöffnet wird und der sein inneres Geheimnis preisgibt was dann wiederum der Ring des Salomo ist was seine Rückkehr in seinen vollkommenen Zustand in seinen achten Tag sozusagen zurück was dann aber wiederum der zehnte Tag automatisch wird nachdem er nun den neunten Jahr durchgemacht hat wo dann in diesem zehnten Tag die Rückbringung sogar noch der Völker in den Bildern in der fremdländischen Prinzessin die er geheiratet hat mit enthalten ist also diese dieses Offenbaren des inneren Geheimnisses des Fisches was die Unterwelt zur Gebärmutter werden lässt um diesen zehnten Tag die endgültige die wirklich endgültige Erlösung die umfassende Erlösung zu bringen erleben zu lassen das also eben natürlich auch schon in Jona und seiner Erfahrung mit dem Fisch angelegt angedeutet sogar sehr ausführlich dann in der Überlieferung ausge faltet entfaltet und erzählt darüber die Notizen die ich mir jetzt noch dazu gemacht habe ist einfach nur zu dem Wort Fisch auf Hebräisch erst einmal wir haben schon gesagt der besondere Fisch ein viel selteneres Wort ist eben Nun da haben wir also schon die 50 den Zahlenwert des Zeichens Nun als die 50 und eben diesen Durchbruch durch die Siebenheit aber in dem ganz normalen Wort Fisch das kam auch schon zur Sprache Dage Daled Gimel geschrieben haben wir die Sieben einfach die Sieben zusammengesetzt aus der Drei und der Vier also der zwei Seiten männlich und weiblich einfach nur zusammen nebeneinander sozusagen nicht sich gegenseitig erfüllend um die wirkliche Frucht das Kind hervorzubringen sondern einfach nur nebeneinander als die Dualität wie eben in dieser Welt immer die Gegensätze einander gegenüberstehen aber sich noch nicht notwendigerweise auch befruchten und das ist dann eben die Welt der Siebenheit die noch nicht die Frucht bringt noch nicht in diesen achten Tag hinüber führt geschweige in den Zehnten Tag die Wiedergeburt erfährt und dieser Dank dieser Fisch mit dem Zahlenwert Sieben hat nun aber als Ad-Bash Wert die 300 die 300 zunächst einmal also das wie angedeutet der zwei verschiedenen Gottes Namen der was auch der Ad-Bash Wert eben von der Jod-He-Waf-He ist was aber auch der volle Wert von Elohim ist was einfach auch der Zahlenwert des Zeichens Schienen ist damit so eng mit dem Feuer mit der Flamme assoziiert mit dem vervollständigenden für den Kopf wieder alles davon ausfalten mit Ruach Elohim mit dem Zahlenwert 300 dem aufsteigenden Wohlgeruch Reach Ichhoach diese 300 ist also der Ad-Bash Wert von Dag und der volle Wert von Dag ist die 507 das bedeutet also der verborgene Wert das was also nicht im äußeren Wert in 7 erscheint ist also die Differenz von 507 und dieser 7 500 so ist der verborgenen Wert des Fisches nachdem schon der Ad-Bash Wert sozusagen die andere Seite des Fisches wenn der Fisch hier im Diesseits ist das was vom Fisch im Jenseits ist das ist die 300 von den beiden Gottesnamen das was die beiden Gottesnamen als Einheit erkennbar macht das ist die andere Seite des Fisches und das Verborgene des Fisches also das was schon hier in dieser Welt verborgen ist in den Zeichen wie sie wirklich geschrieben werden wenn man sie anblickt wenn man sie nicht nur hört denn da zeigt sich nur der äußere Wert aber wenn man sie anblickt sieht man die Zeichen in ihren vollen Namen sozusagen in ihrer ganzen Gestalt und dann ist eben bei diesem Wort Dage dem Fisch die 500 als das Verborgen mitschwingend und da haben wir also wieder die wirkliche Verbindung zum Himmel von Himmel und Erde die 500 Ellen den Baum des Lebens mit seinem Umfang diesen Maß und eben das 23. Zeichen mit diesem Zahlenwert 500 das verborgene Zeichen das Selam gewissermaßen das Selam Gottes Ja das führt aber dann doch noch zu einer kleinen Randnotiz hier nämlich das Wort Nefesh was wir schon oft als diese leibliche Seite der Seele des menschlichen Seelischen angesprochen haben dass es repräsentiert ist gerade in der Natur durch den Fisch durch die Fischheit gegenüber dem Vogel der für diese eher dem Himmel zugewandte Seite der menschlichen Seele der Nechama steht der Fisch also Nefesh assoziiert und die Nefesh da müssten wir eigentlich jetzt auch vieles zu sagen vielleicht kurz mal zumindest die Eckdaten ist ja mit dem Fallen assoziiert also gerade die der Erde zugewandte Seite des menschlichen Seelischen ist das was sozusagen der Verführung anheim fällt das ist dann auch die weibliche Seite die also dem erscheinenden zugehörige Seite des Menschen die wird durch das dazu verleitet eben von dieser anderen Frucht zu kosten und zieht damit sozusagen ganz zwangsläufig auch das innerliche das männliche Zacher ihren Mann also der bei ihr ist mit sich und das ist also auch gewissermaßen gerade die Nefesh die für das Fallen verantwortlich ist und das Fallen ist eben Nafal und das wird wie Nefesh mit nun P geschrieben aber dann statt einer Schiene am Ende ein Lamed und so wie die Schiene die 3 auf der Ebene der 100er ist die 300 ist die Lamed eben die 3 auf der Gegenwartsebene der 10er und diese Struktur von Nefesh und Nafal ist also immer 5 nun im Sinne der 50 dann 8 im Sinne der P 80 und 3 also 5 8 3 in der Grundstruktur und das zeigt sich dann auch in vielen anderen Wörtern die auch mit dieser ganzen Thematik assoziiert sind die Schlange zum Beispiel Nachasch hat eben auch diese 5 8 3 sogar auch in dieser Reihenfolge mit der 50 dann anstatt der 80 die 8 und wieder die 300 der Schienen am Ende gleichzeitig aber auch Nachal wo dann die 30 am Ende ist anstatt der Schienen von der Schlange Nachal ist einerseits der Fluss also das hinabfließende immer den Fluss hinab entlang fließende aber auch das Erben im Sinne von das was man ererbt so wie man ja auch gerne von der Erbsünde die in diesem Fall ihren Ursprung hat spricht in dieser Grundstruktur zeigen sich auch oft Zusammenhänge wie ja schon zu den Wörtern Adam und Emet Mensch und Wahrheit sowas gesagt wurde übrigens fällt dazu noch das Wort Kedem das ist der Osten aber auch einfach der Anfang der Ursprung was eben auch mit der 100 also der Kuf dann der Dallet der 4 und der 40 auch wieder die 1 4 4 Struktur wie eben auch Emet und Adam nachdem wir jetzt aber doch wieder abgeschweift sind von der Nefesh und dem Bezug zum Fisch und dem inneren Geheimnis des Fisches sowie der Fisch also erst einmal die 7 im äußeren Wert ist und dadurch sagen wir mal beschränkt ist beschränkt es hier auf die auf das Nebeneinander von 3 und 4 von männlich und weiblich in der Welt der Siebenheit ohne die Frucht zu bringen wenn sich auf dieses Äußerliche beschränkt wird so hat er eben die 500 als das verborgene in sich und da kommen wir dann eben zum Adbashwert der Nefesh dieser Adbashwert der Nefesh ist nämlich die 17 und die 17 taucht ja als allererstes in der Bibel auf in dem Wort Tov in dem Wort Gut und hier soll nicht verschwiegen werden dass auch Wörter den Zahlenwert 17 haben die jetzt nicht so positiv konnotiert sind zum Beispiel die Fliege zu der ja schon manches Mal gesagt wurde die hat auch den Zahlenwert 17 aber auch das wurde schon angesprochen diese scheinbare Gegensätzlichkeit die sich da manchmal zeigt vielleicht am prägnantesten eben in der Nachasch und dem Mashiach also der Schlange und dem Messias die beide diese 358 haben an so etwas sollte man sich gewöhnen und das eher als Anlass nehmen nicht zu voreidig zu urteilen wenn man vermeint etwas klar erkennen zu können denn oft gibt es noch Aspekte die einem zu dem Zeitpunkt nicht präsent sind, nicht bewusst sind die aber entscheidende Modifikationen auslösen wenn sie einem dann bewusst werden jedenfalls also der Fisch mit dem verborgenen Inneren die Nefesh mit dem Ad-Bash der 17 also mit der anderen Seite die Nefesh hier im Diesseits hat in ihrem Jenseits als ihren Anker in diesem Jenseits das Gute der 17 das Tov im Zusammenhang mit den Zahlen überhaupt hatten wir schon mal gesagt dass bei den Entfaltungen gerade die Entfaltung der 17 sehr interessant ist indem sie die 153 ist die ja auch wiederum in Bezug zu den Fischen auftritt wenn wir uns das Neue Testament anschauen wo am Ende vom Johannes Evangelium der auferstandene Christus die Fische die Fischer seine Jünger dazu anspornt doch noch einmal dort das Netz auszuwerfen und dann wird auf einmal nachdem den ganzen Tag über nichts Nennenswertes gefangen wurde das ganze Netz voll von Fischen und dann wird sehr seltsamerweise oder merkwürdigerweise tatsächlich im Bibeltext angegeben es war voller Fische 153 Stück also diese sehr exakte Zahl Nummer wird da gegeben wo man sich auf den ersten Blick doch fragen könnte ist das jetzt wirklich so wichtig ob es jetzt 150 oder 153 sind aber scheinbar eben schon und warum es dann gerade die 153 ist könnte man dann eben vor diesem Hintergrund der Entfaltung der 17 so deuten dass sich am Ende wenn also der Auferstandene unter seinen Jüngern wandelt und die Jünger ihm folgen ihm, seinem Rat folgen dass dann nicht nur das Gute selbst also nicht nur die 17 erlebt wird sondern alles was auch vorher schon war denn die Entfaltung einer Zahl ist ja immer auch alles vorhergehende mit dabei zu haben also die 17 plus aber auch die 16 plus aber auch die 15 plus aber auch die 14 plus aber auch die 13 und so weiter bis zur ursprünglichen Einheit zurück von der Ehe immer alles ausgeht und das alles ist also gleichzeitig enthalten in diesem Erleben des Auferstandenen des Auferstandenseins auch dieses Lebendigwerden allen gestorbenen was dann eben nicht einfach nur der 8. Tag ist sondern das ist dann wirklich schon wiederum ein Hinweis auf diesen 10. Tag wo also alles wirklich durch die Unterwelt hindurchgegangen in der Gebärmutter herangewachsen herangereift und in den 10. Tag hinein geboren ist als diese entfaltete 17 das Gute in aller seiner Entfaltung wo dann sogar die Stationen vorher mit enthalten sind die vielleicht für sich genommen noch schwere Prüfungen auf dem Weg hin zur 17 gewesen sind eben noch nicht das Gute selbst waren aber in der 153 erweist sich eben auch all das was vorher war als mit diesem Guten einhergehend wenn es denn dann entfaltet ist und die 153 auch noch solche Tiefen von denen mir wahrscheinlich nur ein Ankratzen der Oberfläche bisher geschenkt ist aber dafür schon allen Dank dem Ewigen da habe ich einmal als gerade die Thora Portion an der Reihe war wo Mosche gefläht hat zu Gott dass er doch auch mit ins gelobte Land kommen darf aber dann Gott ihm ganz klar sagt nein jetzt hör auf danach zu fragen du wirst hier zu deinen Vätern versammelt werden Joshua der wird es sein der sich hinüberführt der das Volk Israel hinüberführt vom 7. in den 8. Tag also von der Wüste in das Land Kenna an in das gelobte Land du Mosche die wird es nicht gegeben sein was dann aber gesagt wird Mosche geh auf den Gipfel von dem Pisgah also von dem Berg der diesen Namen Pisgah trägt und blicke dich um und dann siehst du das Land also dir wird gegeben das Land zu sehen aber das wird dir eben gegeben indem du auf diesen Gipfel steigen sollst und habe ich halt dieses Wort immer näher angeguckt Habpisgah also es wird explizit mit dem bestimmten Artikel mit dem He da vorgeschrieben der Pisgah also Roosh das Haupt der Kopf der Gipfel von Habpisgah von diesem ganz bestimmten Pisgah und das Wort Pisgah und das Wort Pisgah Perseg als Wurzel Pe Samech Gime geschrieben wird dann so übersetzt den Wörterbüchern nach als Verzweigen sozusagen Verzweigen aufgliedern in die Vielheit sozusagen also das wirkliche Verästeln in die letztlich unzählbare unüberblickbare Vielheit das ist in diesem Wort Perseg und damit in diesem Namen des Berges Pisgah ausgedrückt Pisgah also mit der weiblichen Endung oder man könnte es auch als diese Lokativ He das He was einen hinzu anzeigt also Pisgah heißt hinzu Perseg hinzu diesem sich aufgliedern aufzweigen verzweigen verästeln in die Zersplitterung in die Vielheit hinein und das halt sogar bis auf die Spitze getrieben sozusagen auf den Gipfel das Haupt von diesem Prinzip der Verzweigung also dieses das Höchste davon dahin soll Mosche sich begeben dahin soll das was sozusagen dem Menschen noch das vom Menschen kommende ist sich begeben also die Tora ist ja das was wir wirklich auch befolgen können als Weisung und sozusagen was dann Paulus auch die Werksgerechtigkeit nennt ganz grob in den Übersetzungen jedenfalls so also das wird uns niemals ins gelobte Land selber bringen das wird uns immer an dieser Grenze an der Schwelle sterben lassen als Mosche eben der ja Sinnbild für gerade diese Tora ist aber Jehoshua dann als der der im Neuen Testament die lebendige Tora verkörpert Jesus Jeschua der ist es dann der als die Gnade des Himmels Johannan der Täufer Johannes ist ja dann auch der der den Messias erste Weg ebnet im Jordan wiederum auch in diesem Grenzfluss zwischen dem siebten und dem achten Tag durch diese Gnade der Himmel erst wird also die Tora zu dem lebendigen verkörperten Gotteswort was dann auch wirklich in den achten Tag hineinführt was diesen achten Tag erleben lässt als diese Erlösung dieses Erlöstwerden aus der Welt der Siebenheit aber das was wir selber bringen können das können wir eben nicht da können wir diese Grenze nicht überschreiten dann bleiben wir in diesem siebten Tag in der Wüstenwanderungszeit als Mausche der die Tora eben noch in diesem alten Sinne repräsentiert nichts zu verachten ist so sollen wir unser Leben einrichten hier in dieser Welt des siebten Tages das ist ja gerade das entscheidende heißt es so sagt dann Paulus heißt es etwa dass die Tora dass das Gesetz verworfen sei das sei ferne die Tora ist heilig gerecht und gut oder so ähnlich formuliert er es in Zitierung eines Psalmverses glaube ich denn hier für das in dieser Welt Lebens und Handelns ist die Tora eben die Weisung die Richtlinie die uns unser geliebter Vater schenkt als seinen geliebten Kindern und natürlich wollen wir uns auch danach richten und uns daran halten so gut es uns gegeben ist so gut wir wissen was es überhaupt bedeutet hier in dieser Welt der Zeitlichkeit aber den Durchbruch durch diese Welt der Zeitlichkeit werden wir niemals so erreichen was wir aber erreichen können ist ein Blick auf diesen Durchbruch oder sagen wir auf dieses Land zu dem hin dieser Durchbruch dann geschieht und das ist eben wo Moschee auf diesen Gipfel des Pisgah zitiert wird gerufen wird ihm empfohlen wird dort hin zu gehen und dort schaut er es dann eben und das ist also was uns als letzte Empfehlung hier in dieser Welt der Siebenheit gegeben ist das was einher geht mit dem Sterben denn dort ist es ja dann wo Moschee sterben wird und das wird ihm auch schon gesagt geh dorthin auf den Gipfel schaust dir alles an das was du nicht erreichen wirst hier und dort stirbst du dort wirst du versammelt zu deinen Vätern oder zu deinen Stämmen dort gehst du ein in die Einheit zurück aber hörst eben auf zu existieren als Individuum in dieser Welt und dieses auf hinaufsteigen auf den Gipfel des Pisgah in die Zersplitterung sich hingeben sozusagen in die Aufzweigung in die unendliche Vielheit freiwillig um zu sterben das ist das höchste was wir dann letztlich hier noch tun können als das was aus uns selbst aus unserem eigenen Wollen geschieht und da zeigt sich dann auch wieder und deswegen bin ich überhaupt jetzt wiederum darauf zu sprechen zu kommen zu sprechen gekommen die 153 nämlich das Wort Hapisga also der bestimmte Artikel vor diesem Namen des Gipfels Hapisga ist eben diese 153 also wir erleben schon tatsächlich auch als Moschee zumindest in dieser Weise die 153 die Entfaltung der 17 die Entfaltung auch also von Tov von dem Guten und in diesem Erleben dieser 153 diese Entfaltung des Guten diesem Erkennen all dem auch schlechten und schweren und harten und steinigen Weg vorher der hingeführt hat aber zu diesem Tor zu dieser 17 zu dem Guten all das erkennen wir als enthalten in dieser Entfaltung der 17 der 153 die dann eben für uns endet in der auch selbstvolligen Aufgliederung in die Vielheit bis hin dann im physischen Sinne das Akzeptieren dieses körperlichen Zerfallens in die Vielheit des Staubes dieser materiellen Welt wo wir dann wieder aufgehen eingehen in die Einheit zurückgehen der Einheit der ganzen materiellen Schöpfung aber eben zersplittern als das Individuum das wir sind oder waren dann in dem Moment in der zeitlichen Betrachtungsweise und diese schwere letzte Prüfung sozusagen ist es die dort vielleicht das ist ja auch nur mein Eindruck von diesem kleinen Abschnitt in der Tora diese letzte schwere Prüfung die Mausche dargestellt wird in dem Aufstieg auf den Gipfel Pisgah um dort zu sterben drückt sich vielleicht auch aus in diesem Ja sogar zum körperlichen sterben als Krönung und Abschluss des Weges hier in dieser Wüstenwelt dieser Wüstenwanderung unseres je eigenen Erleben des siebten Tages aus des siebten